Erste Ausschreibung gemacht, da war ich 16. Birger habe ich kennengelernt, da war ich 23 und der wurde mein wichtigster Lehrer. Wie habe ich ihn kennengelernt? Ich habe ihn gesucht, ich habe ihn besucht, habe ihn angesprochen, er hat sich meine Bilder angeschaut. Damals die Schüler, Bilder oder Studentenzeitbilder und hat mich als Schüler dann aufgenommen. Das war eine sehr prägende Erfahrung, weil der Boris Birger, russischer Maler, Dissident hier in Deutschland, er war relativ neu in Deutschland, nach Deutschland gekommen und er hat noch die ganze typische Schule der russischen Malerei auch nach der Natur, also überhaupt das Lernen nach der Natur beherrscht und an mich auch versucht weiterzugeben. Bei mir ist es so, dass ich auch heute noch direkt nach der Natur häufig male. Also meine Landschaft male ich alle Plenär, Porträts male ich direkt nach Modell und tatsächlich, auch wenn ich an größeren Bildern wie zum Beispiel das hier arbeite, dann nehme ich, habe ich Modelle für die einzelnen Figuren und mache Zeichnungen, mache Entwürfe. Aber es ist die, ich sage mal so, die Ausbildung des Arbeitens so direkt nach der Natur, die prägt glaube ich bei dir ein ganz bestimmtes Hingucken, ein ganz bestimmtes Sehen. Du achtest auf andere Dinge und das ist bei mir mit Sicherheit ein sehr wesentlicher Aspekt gewesen. Das ist eine mythologische Grundlage, hat das das Urteil des Paares, also diese Scheideweg-Situation, die drei Göttinnen, die dem Paares begegnen und ihm die Entscheidung aufgeben, wer von diesen dreien die schönste ist. Deshalb heißt das Bild La Piubella, italienisch heißt es, der schönsten. Genau und die Mythologie ist bei mir ein fester Bestandteil meiner Arbeit auch, ja. Es ist halt eigentlich auch ein fester Bestandteil der ganzen Kunstgeschichte. Also die alten Geschichten, sage ich mal, aus der Ägäis, aus dem Schwarzen Meer, haben sich mit den orientalischen alten Geschichten in der Antike vermischt und haben das hervorgebracht, was unser Denken heute ist, unser westliches Denken. Daher ist es aus der Kunstgeschichte überhaupt nicht wegzubekommen, der Mythos, die alte Geschichte, weil darin stecken immer die Dinge, die wir ständig im Alltag, im Kopf auch haben, die uns prägen. Und als Maler bist du damit beschäftigt auch, natürlich. Das ist ganz, ganz neu. Ich bin in einer der kunsthistorisch am stärksten belasteten Gegenden der Welt, in der Moderne überhaupt, nämlich in die Provence. und habe da, ich habe, das war sehr interessant, das ist aber ganz neu. Ich war zum ersten Mal, habe ich in der Provence jetzt ein paar Bilder gemalt, will gerne wieder zurück, nächstes Jahr nochmal das wiederholen. Aber man lernt unglaublich manchmal diese Dinge. Zum Beispiel Cezanne ist ja, Provence ist ja der große Maler, ist ja Cezanne. Und wer noch nie nach Aix gefahren ist und dann von der Autobahn diesen Zipfel gesehen hat, von Saint-Victoire, kann das nicht begreifen. Ich habe es auf der Autobahn, als dieses Ding auftauchte, wurde mir so vieles klar, was diese ganzen Impulse waren, die der Mann gehabt haben muss, Cezanne. Eine wunderschöne Stadt, wunderschöner Ort und ja, da gibt es viel zu malen, sehr viel. Mal gucken, da wird sicher noch einiges gemalt. Gedäude 0 1 2 3 2